hallo und herzlich willkommen zurück in mta mit mir dabei ist wieder der kobold wir sind zwar fahren wir gerade nicht zusammen rum und wir sind immer noch am hot dogs verkaufen wie man ernst auf dem dach also ja das ding ist aber ganz schön träge hast du auch senf drauf auf deiner wurst auf dem dach hat der job ist richtig geil ist mein lieblingsjob aber dann einfach so millionärs in der wurst für eine million verkaufen ich hänge unter der brücke fest das ist extra eine bio wurst ja das braucht jeder ich verkaufe die längsten wüsse ja alter ok oh mein gott nämlich einfach einer crash und jetzt liege auf dem dach ich liege auf dem dach auch gut eine konkurrenz weniger ich gehe gleich steil du auch ich gehe mal hier zum werkarbeiterjob aber hier treibt sich irgendwie natürlich keiner rum ja jetzt hat so ein typ mit seiner limousine vor mir gehalten und gesagt kommt 3 pd a n i alles klar Nimm deinen Hotdog an Nimm deinen Hotdog an für 5 Dollar Ja Juchu Ja ich hab einen Irgendwie ist der Job scheiße Also irgendwie schon witzig aber Okay Nein anscheinend nicht noch mehr Alles klar Ja ich hab ihn wieder umgekippt War mal unten in die Baugrube Wirklich ganz unten rein Oder? Läuft da einer rum Dann kann ich den da beim Arbeiten verkaufen Läuft natürlich keiner rum Dann bleiben wir mal hier Also wir haben schon Da wäre anscheinend nichts Alle einsteigen Der Bus fährt los Wohin denn los? Hm Keine Ahnung Ach okay Und was machst du gerade? Bist du auch am Hotdog verkaufen? Äh ich hab mein Fahrzeug wieder umgestoßen Und ja Achso ja machst du gerne weil Ja Oh ich glaub Jetzt geht's schief Oh da war ich schon Hm 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 Man ist ja auch ganz schön langsam unterwegs Hm? Man ist ja ganz schön langsam unterwegs Geht so Ja 120 kmh ist ja voll viel ne Ja für so'n Wagen ist doch schon ganz schön viel Hm also Hier ist irgendwie nichts mehr los Oder hallo Ich steh mich neben dir jetzt Mein Gebiet ey Geh weg Nein Das war mein Gebiet Ich war zuerst hier Ich lehre mich auf den Parkplatz hin Ich lehre mich auf den Parkplatz hin Komm kauf dir eine Ja Hab noch eine verkauft Haa Ja ich schieb dich jetzt runter Jetzt geh weg Machen wir doch ein Rennen Bis da runter Ja ist klar Los geht's Okay auf den Parkplatz hin Okay auf die Hütze fertig los Äh Nein 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 der kauft nicht bei dir ein Ne der will auch gar nicht Hier rein Geh weg Nein Ich will nicht Doch du willst Wieso hast du das getan Hat er mich grad gefragt Oh fuck Was denn Umdrehen Umdrehen Ich fahre fast runter Haa Verdamm Alter ich darf nur noch 89 leben Ich hab 74 Also sei ruhig Dorn, du stellst dich jetzt auf den Parkplatz. Ach, geh weg, ey. Im Parkplatz ist aber keiner. Das ist nicht mein Problem. Du warst... Ich war zuerst hier. Jetzt schubst mich nicht fast dauernd runter. Alter! Verlässt du dauernd Leben? Nee. Mist. Sonst kann ich dich umbringen. Ah! Warte mal, warte mal. Okay. Willst du das wie ein Hotdog-Verkäufer regeln? Hi. Hi. Na, wurscht? Willst du zusammenkrüppeln und sagen, kaufen einen Hotdog oder du stirbst? Na, wurscht? Hört sich irgendwie komisch an. Ja, eben. Das ist dieser Witz. Sman! Geh weg! Ach, dieses... Alter, was wachst du denn da rum? Hi. Nicht bei dir! Nein! The Hot... Hotdog... 5... 5... 5... cc... t... Ach, du bist... Nein, ich schreibe und ich roll nach hinten! Du bist so scheiße! Ich überfraue den jetzt, Alter! Der kriegt keinen Hotdog! Ich sagte, sorry! Jetzt geh hier weg von meinem Gebiet! Das ist unfair! Zau... Hotdog! Ha! Zuerst angeboten! Du bist so eine Hure! Nein! Okay, jetzt muss ich mich selber umbringen. Das hat keinen Sinn mehr. Ganz ehrlich. Alles klar! Ich brenne! Geil! Du Wichser! Ich bring dich doch... Geh weg, Alter! Der geht jetzt in die Luft, ich sag's dir! Auch wenn es No-Deafmiss-Zone ist, ich... Es ist ja nur der Wagen, ne? Das ist genauso schlimm. Nein! Ach! Hör mir auf! Konkurrenze! Konkurrenze muss nie da gefallen! Ey, steig mal mit ein! Ja! Das ist natürlich auch cool! Alter, kann ich mal aufhören! Ich geh... Ich geh dagegen, also das bringt dir eigentlich nix. Ey, du gleich brennst du! Ja! Alter, ich bin selber gleich am Verungern! Hast du gesehen, wie ich weggeflogen bin? Ich bin dagegen gesprungen! Richtig cool! Ich hab nur noch 50 Leben! Nein! Ey, ich hab wieder... Achso, ich hab ja grad was gegessen. Alter, jetzt geh! Du hast die Nerven, Junge! Oh nein! Das war's aber du! Komm, komm her! Alter! Boah, genau nimm mir exudiert, ey, die Honk! Was willst du? Ist nur Deathmatch-Zone, dann kriegst du Bann! Ja, du auch! Ja, nein! Dann verkauf ich eben so ohne Wagen. Geht das? Geht gar nicht! Ernsthaft? Da hast du keine Wüßchen mehr dabei! Alter! Okay, wir kommen jetzt wieder zurück. Ah, da steht Fagio. Ich bring dich ins Krankenhaus, da kommst du zurück. Ey, der ist gekauft, der Fagio. Alter! Echt jetzt? Ja. Ich bin so klein! Guck, dir mich mal an, ich bin dir der Zwerg. Haha, ich kann dir noch einen Hotdog verkaufen. Ja, haha! Du kannst nicht, weil du nicht im Hotdog warm bist. Äh... 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 Jetzt, geh weg! Geh weg! Komm, wir gehen hier aus der Deathmatch-Zone raus und dann regeln weiter. Okay, dann regeln wir das. Wie viel Leben hast du noch? Neun! Ich mach dir wieder... Hast du nicht essen? Nein, nichts mehr. Okay, ich mach nur mit Fäusten. Okay, no, der Zwerg ist hier. Weg! Geh weg, renn nicht wieder rein, du! Alter Schafrack, der du! Er muss schon mit Rechtsklick anziehen. Achso. Ja, ich hab 16 Dollar... Ich hab einen Stern! Ja! Nein! Nein! Du Wichser! Du Wichser! Du Wichser! Ich bring dich auf! Ja, quetsch mich erst mal aus, wieso... Und so sehen es dann die Bullen. Ich hab gar nichts gemacht... Ich hab gar nichts gemacht, wieso hab ich einen Stern. Und stehst da immer noch... Ach man, du kotzt echt manchmal an, ne? Du kotzt mich an! Okay, kenne ich dir ganz einfach einen Tipp, wie ich wieder nach Hause komme. Einfach respawnen. Also reconnecten. Okay. Oh yeah! Wie lange ist die Folge schon wieder? Äh, 13 Minuten. Ah, klar. Ich sitze hier grad mit dem Kuli und werfe die ganze Zeit in die Luft. Und fang den wieder auf. Hey! Leiker Profi, ne? Klar! Ups, das war die Decke. Wenn ich gleich nicht mehr rede, dann hat mich ein Kuli erschlagen. So, jetzt ist er runtergefallen. Oh, ich hab immer noch einen Stern. Oh nee! Hallo Kobold! 2000! Es liegt eine wichtige Systemmeilung vor. Du hast deine E-Mail noch nicht zertifiziert. Ja, jetzt geht ja alle meine E-Mails. Spam mich ruhig zu. Mist. Heieiei. Okay, ich bin kurz weg. Ich kann warten, während das weggeht. Die 30 Sekunden noch. Ach, klar. So, jetzt muss ich euch hier alleine unterhalten im Let's Play. Der Kobold ist ja, wie gesagt, schon kurz weg. Ja, und ich mach ja auch sehr viel. Ich lieg so ein bisschen am Boden rum. Umarmen die Erde. Denn ja, die Erde, also ich find die wirklich sehr nett. Und da drücken wir schon die Kopfhörer. Ähm. Joach. Also das mit den Hot Hocs hat ja eigentlich super geklappt. Ich hab schon viel mehr rausbekommen, was ich eigentlich bezahlt hat. Aber das jetzt mit dem Krankenhaus, das war eigentlich unnötig. Aber egal. Macht das Spaß. Hm? Joach. Was sind wir denn hier, Fagio? Alter, wir sind ja auch hier, aber wir sind natürlich wieder am Arsch der Welt. Guck mal, wir sind mal draußen. Hm. Ach, ich reconnecte mal kurz. Und wieder da. Achso, jetzt wollte ich grad reconnecten. Weil ich grad so weit weg von zuhause bin. Was hab ich denn da auf dem Bildschirm? Für nen Dreckpunkt. Hm. Ja, ich hab hier die Zuschauer alleine animiert. Mhm. Denn du hast mich ja ähnlich verlasst. Ich weiß. Wow. Aber hier dieser C-C-T-P-Dani ist ja nicht ein guter Käufer gewesen. Ja, ja, der ist geil auf Würste, ne? Hast du... Alter. Ja. Ach, nee. Ähm. Ey, lass mal gucken, ob hier der Zug nicht doch irgendwo fährt. Mhm. Meinst du nicht? Es fährt ja nur die Bahn da rum, in der Stadt. Meinst du nicht, dass hier auch der große Zug rumfährt? Mhm. Oh, das wär... Das wär himmlisch, Alter. Glaub ich nicht, ich hab's noch nie gesehen. Ja, der kommt ja... Der kommt ja... Spawnt ja eigentlich, wenn du an so einer Haltestelle bist. Mhm. Und da wartest. Ich glaub, der ist weg, weil... Ich meine, als Kai, du könntest du ja dann pressen, irgendwie mit irgendwas fesseln, K.O. schlagen. Und dann liegt der da und da kommt der Zug. Hm. Mhm. Ähm, okay. Was machst du grade, ey? Wart morgens. Steht nix. Ich hab'n Stern und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, ein bisschen spazieren gehen. Bullen anschließen. Ja. Genau. Ich fahr' hier grad als Zug. Okay, ich würd' vielleicht sogar sagen, wir tun Offline-Jobben, weil... Ja, aber das Hotdog verkaufen war, äh... Ich fand's witzig. Ja. Wir könnten ja mal Drogen wieder machen. Hast du überhaupt einen verkauft? Nein, keinen einzigen. Haha. Ich war so inkompetent. Hm. Also ich steh' hier grad an der Haltestation und ich komm' kein Zug. Schade. Das wär' echt witzig gewesen. Hm. Nein. Egal. Ja, ich glaub' da ist was Neues dazugekommen. Schau' mal bei F11 auf die Web und da ist doch bei... ...diesem Pen Spray beim Flughafen. So ein Essensbesteck. Ich glaub' es gibt ein Restaurant hier jetzt. Oh, du bist so dumm, ey. Hast das nicht gelesen. Das ist, weil wir jetzt den Job haben und da können wir unsere Wagen wieder aufführen. Wusste ich nicht. Ja, boah, ey. Du bist auch... Haha. Wieder mal so inkompetent. Ja, genau, ey. Fahre mal ein bisschen rum. Hier in der Stadt. Hui. Also, kann man hier ein Haus kauf? Ne, schade, Alter. Die stehen alle nicht zu verkauf hier. Die Häuser, die sind aber richtig geil. Hm. Ist natürlich schade. Ne. Die beschweren sich, weil sie hier zu wenig Wohnungen haben. Ey, hier ist ein Haus. Mindestspielzeit 320 Stunden. Für wie viel? 47... 470.000. Und die Polizei ist da. Aber das Haus ist geil. Hier gibt es doch noch welche, die nicht verkaufen. Also, die hier, die hier natürlich, die stehen nicht zum Verkauf. Verdammt. Hm. Kann man sich das hier kaufen? Das wäre natürlich richtig, Joel. Ne, schade. Ey, wo bist du dran? Ich wurde getasert. Alles klar. Ich bin hier gerade auf dem Golfplatz. Und spiele eine Runde Golf. Wuuu. Ne, eigentlich fahre ich hier nur mit dem Fagi rum. Weil ich gerade überhaupt nicht weiß, was sie machen wollen. Wuuu. Fagi is the action. Woho. Bam, bam, badam, bam. Geil. Oh. Ey, ey. Robert. Hm? Äh. Weißt du, worauf ich jetzt richtig Lust hätte? Wow. Auf Waze. Was? Ach so. Stimmt. Wollen wir das machen für die nächste Folge? Wieder auf dem anderem Server? Okay. Eine Runde Waze? Ja? Mhm. Alles klar. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Warte, 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 warte. Ich werd grad festgenommen und die bauen einfach nen Unfall. Ja, okay. Dann kommt das eben noch mit in die Folge, wie du festgenommen wirst. Das war von der CIA, von der Army. Dann sammle ich mir hier auch noch ein paar Sterne. Ja, okay. Das muss ich dir zeigen werden, ist jetzt langweilig. Bis zur nächsten Folge. Alles klar. Bis zur nächsten Folge, wie schon gesagt. Ja. Äh. Du hast bestimmt schon wieder aufgehört? Ne. Ah, ja. Äh. Hätte ich jetzt gedacht. Also sch- Wie immer, schreibt in die Kommentare, ob euch gefällt, ob euch nicht gefällt. Was wir noch hier machen können. Oh ja. Die Möglichkeiten gehen langsam aber sicher aus. Nein, eigentlich gibt es noch mega viel zu tun. Schreibt mal, was ihr gerne sehen möchtet. Das werden wir eventuell ausprobieren, wenn es Spaß macht. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mit V. Mit S. Mit K. Und so weiße. Ciao.